Wenn ich der heutige Pfadenstelle bin, ich werde den Trainer verholen. Die Pfadenstelle bin ich in der Mitte von der Höhe, aber ich werde den Trainer verholen. Kann er gleich ein Rolls-Roll vornehmen, oder bleibt er in der 60-Jährmar E.D.? Das sieht nach Rolls-Rolls. 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 Und da hat sich unser Heilwerk ganz schön festgestellt. Was würde es los werden, wenn wir die Klasse 18 Tonnen komplett wiederholen? Rolls-Rolls. Das sieht aus. Es ist eindeutig, eindeutig das Zusatzgewicht an 4 Tonnen, dass diese Bullis nach vorne sich verschafft werden. Das ist ein Kuss für mein Künftrimmel. Der hat so viel, der ist so spannend, ganz, ganz, ganz spannend. Das hat man ihm zum Saufen gegeben. Und das kann ihn natürlich, das ist nicht prägt. Er kann es nicht verarbeiten und bleibt bei 67. 67, 11. 67, 11. Eindeutig, eindeutig das Gewicht. Richtig vor. Vorne. Aber so bleibt die Leistung der Köln. Denn das ist leistig. Leistig. 23. 23. Peter Husorn. 21. Mausen. Ich versuch's. Meine Damen und Herren sind da, aber leider bringen sie erst nicht. 54, 79. Ja, ich zeig, dass die 12 Länder, die gegeneinander arbeiten, nicht unbedingt die Leistung hier nach vorne bringen. Aber, mein Liebkollege Stilo hat seine Sichtung wieder in Ordnung. Und er wird, wenn er ein sauber und scharf hin, er holt er sich wieder. Und kann er sich so voll bestätigen, wie sein Name Brüder hier. Ein ganz sauber, ich darf sich zu sehen, von hier. Und ich glaube, hier, die Sonnenstrahlung angeboten wird. Ich bin dank der Höhle, die Höhle, die Höhle, die Höhle, die Höhle, die Höhle. Die Höhle кар. Wir freuenen. Das ist so wichtig, an der ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die letzte Gruppe, den 2-Stellengang. 454. Dachau Procke Kundur. Wir sind aus dem Amtso. Aber wir haben Menschen. Fertig! Wir sind aus der Bord. Wir sind aus der Bord. Wir kommen in der 50 Meter Marke perfekt anzuschlingeln und er hat Wort gehalten, 50, 48 und damit ist für die Traktorgruppe aus Bogrenn etwas vorgegeben. So, wir geben für alle anderen hier gemeinsam. Bis dann. Wir kommen in der 50 Meter Marke. Ach so gut, aber auch nur fach über 69, 13 ist dann auch mit dem A780M gefahren. Der Röpfe ist ganz gut, ganz, ganz, ganz gut. Und in der 51, 69, warte, äh, sonst steht, 51, 69, der Röpfe. Ja, wir kommen in der 50 Meter Marke. Und in der 50 Meter Marke. Die Brüge ist ganz gut, ganz gut. Und into die Stärke, die das ist ganz gut. Und nach der 30-jahre ist ganz gut. Und nach der 30-jahre ist ganz gut. Und nach der 30-jahre ist ganz gut. 13 Meter, 15 Meter, 15 Meter, 16 Meter, 15 Meter, 16 Meter, und da wieder die Stadion, die sich gewartet. Der erste, ich glaube, die 2.0, das ist der erste, der erste Bandigat sein, bei 4.0. Und das macht so weiter. Ein Name der Silber geht aus bei 1739. Und damit ist er absolut. Er bringt jetzt eine Leistung. Er schlägt sich hier in eine Kattelsproduktion. Ringe. Und er lässt sich stören bei 59. Er bringt sich 59. Und die Leistung ist bei 47,96. Vorbei und Schluss. Damit hat Andy gezeigt, dass auch ein Erfolg ist. Ich denke mal, das gehört dazu, allen Veranstaltern hier als Teilnehmern die letzte Ehre zu erweisen. Die Siegerehrung ist natürlich der größte Abschluss solch einer Veranstaltung. Und ich sage es noch einmal, wer ich der heutige Veranstalter gewesen wäre, ich hätte den Trainer verhauen. Solch ein organisiertes Event einmalig. Vielen Dank an diese beiden, meine Herren. Und an diese beiden Leute. Sie haben es zu bedanken, dass es Dreckertweck zum Schlagwärtsort gibt. Jawohl, das ist Zweifel. Zweifel an die Firma, ganz entspannt. Auf die Plätze. Und weg. Jawohl, das ist das Zweifel. Das Zweifel nochmal. Auf Kommando. Gleich Gas. Auf. Jawohl. Auf. 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 Wenn ich hier Veranstalter wäre, hätte ich Tränen in der Haus. Jawohl. Das ist natürlich auch ein deutliches Dankeschön an die Veranstalter, an die Firma G8, an die Firma Schwann. Meine Damen und Herren, an alle fleißigen Helfer, die hier Gutes getan haben mit dem Bremswagenteam von Attenrade.